Das neue Geo- und Umweltforschungszentrum der Universität Tübingen umfasst mehr als 10.000 Quadratmeter Lehr- und Forschungsflächen auf insgesamt sechs Ebenen. Der Entwurf nimmt das Material und die Plastizität der Bestandsgebäude auf und interpretiert beides auf eine neue Weise. Sichtbeton und großflächige Verglasungen dominieren die Nordseite zum Campusplatz. Dort befindet sich der Haupteingang. Wir stehen hier im Foyer des neuen Geo- und Umweltforschungszentrums. Mein Name ist Andreas Hölting und um mich herum sehen Sie das Projektsteuerungsteam. Bauen ist immer eine Teamleistung und so haben wir während der achtjährigen Planungs- und Bauzeit eine Vielzahl an externen Architekten, Ingenieuren und Firmen koordiniert. Wir sind stolz auf das Ergebnis und freuen uns, Ihnen heute das Zentrum präsentieren zu dürfen. Während der Planungs- und Bauzeit liefen alle Fäden zusammen bei der Projektleiterin Ute Roming. Und ich freue mich, Sie heute durch das Gebäude führen zu dürfen. Das Geo- und Umweltforschungszentrum ist in klare Funktionsbereiche gegliedert. Direkt am Foyer befinden sich die Leerräume. Helle und ansprechende Seminarräume und Praktikumslabore über drei Ebenen werden durch eine Wendeltreppe als Raumskulptur auf kurzem Wege miteinander verbunden. Der Hörsaal bietet auf 145 Plätzen einen idealen Studienort. Im Foyer wurden Bereiche für das Einzel- und Gruppenstudium sowie als Kommunikationsfläche möbliert. Der Künstler Martin Bruno Schmid thematisiert in seinem Kunstwerk »Bohrschnitt – Prekär – Die Grenzen der Belastbarkeit«. Er verweist im übertragenen Sinn auf das fragile System Erde und nimmt damit Bezug auf das Forschungsgebiet der Geologen. Die scheibenförbingen Flurwände werden durch Holztüren und Matt-Glasfelder rhythmisiert. Durch die Farbgebung von wechselnden Grautönen einer Farbfamilie wird dieser Effekt noch verstärkt. Die hochinstallierten Laborbereiche bieten eine ideale Raumstruktur für die interdisziplinäre Arbeitsweise und eine hohe Flexibilität für die dynamischen Entwicklungen der Forschung. Neben Einzellaboren gibt es vier Großraumlaborlandschaften. Präparative Laborflächen sind von den Dokumentationszonen durch Schiebetüren getrennt. Gemeinsame Einrichtungen wie Lager und Gasschränke liegen zentral zugänglich. Die hohe Heterogenität der Geowissenschaftler zeichnet sich im Schichtenprinzip von grob nach fein ab. Auf der untersten Ebene befinden sich die Werkstätten der Gesteinsaufbereitung, während die Reihenräume ganz oben auf der Ebene 6 liegen. Dieses Schichtenprinzip wird auch vom Orientierungs- und Leitsystem aufgenommen, besonders gut an den Wänden der Mittelzone des Gebäudes ablesbar. Zwischen den beiden Innenhöfen gelegen, verbindet die Mittelzone alle Bereiche. Sie offeriert sich als Kommunikationsraum für Studierende, Forschende und alle Beschäftigten. Offene Teeküchen mit Tischen und Polstermöbeln laden zum Austausch und lernen ein. Durch unterschiedliche Grafiken und Farbgebungen differenzieren sich die Geschosse. Die Natursteinfassade der beiden Innenhöfe besteht aus in Baden-Württemberg gebrochenem Gauinger Travertin. Die Oberflächen wurden, dem Schichtenprinzip folgend, unterschiedlich behandelt, von grob gestockt in den unteren Geschossen bis zu fein geschliffen ganz oben. Die Innenhöfe dienen als grüne Oase und laden zum Verweilen ein. Für das 100 Meter lange und 50 Meter breite Geo- und Umweltforschungszentrum wurde ein innovatives energetisches Konzept entwickelt. Besonderes Augenmerk galt dabei dem sommerlichen Wärmeschutz. Die Büroflächen werden natürlich be- und entlüftet. Eine Nachtluftspülung sorgt für ein behagliches Raumklima. 2,30 Meter tiefe Elemente ermöglichen durch die Verschattungswirkung und die Lichtlenkung einen kontrollierten Tageslichteinfall. Auf einen außenliegenden, wartungsintensiven Sonnenschutz konnte so verzichtet werden. Der herrliche Blick über die Stadt und auf die Schwäbische Alb bleibt damit ungestört. Die begehbaren Gitterroste lassen eine einfache und wirtschaftliche Reinigung der Glasflächen zu. Diese horizontalen Fassadenelemente bilden zusammen mit der außenliegenden vertikalen Tragkonstruktion zugunsten der freien und flexiblen Raumnutzung das unverwechselbare architektonische Element des Gebäudes. Das Energiekonzept beinhaltet auch die Wärmeversorgung aus dem landeseigenen Fernheizwerk auf der Morgenstelle mit Holzhackschnitzel als regenerativem Energieträger. Ein hocheffizientes Kreislaufverbundsystem zur Wärme- und Kälterückgewinnung reduziert den Lüftungsenergiebedarf. Die Dachflächen wurden zur Retention begrünt und auf der Technikzentrale wird eine Photovoltaikanlage mit einer Nennleistung von 70 Kilowatt Peak installiert. Trotz seiner Größe wurde mit dem Neubau keine zusätzliche Fläche versiegelt. Das Geo- und Umweltforschungszentrum steht auf dem früheren Großparkplatz im Süden der Morgenstelle. Durch den Mobilitätswandel konnten die Parkplatzflächen deutlich verringert werden. Das Anbieten von ausreichend Fahrradstellplätzen und die gute Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr verstärken diesen Trend. Untertitelung des ZDF für funk, 2017